So einen Stamm kannst du im Baumarkt übrigens gerade so um die 60 Euro legen. Wir sehen es nicht mehr ein! Ja, wir haben uns so ein mobiles Sägewerk gekauft. Das ist das gute Stück. Du legst deinen Stamm darauf, spannst den ein bis zu 4 Meter Länge und dann sägst du quasi hier schön... Letzter Schnitt! Geile ist, die Reststücke können wir auch noch sehr gut verwenden. Alter, guckt euch das Ding an. Richtig schön gerade geworden, richtig schön winklig. Mega! Bis dahin! Ciao! Verdammte Welt!